Für US-Präsident Joe Biden wird es immer ungemütlicher. Einer Umfrage zufolge sind sogar zwei Drittel der demokratischen Wähler gegen eine erneute Kandidatur. Und jetzt stellen sich auch noch Abgeordnete der eigenen Partei gegen ihn. Geht es jetzt doch ganz schnell. Darüber spreche ich mit Prof. Dr. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler und USA-Experte von der Universität Köln. Schönen guten Tag. Grüß Sie, Frau Plüschel. Herr Jäger, 70 Prozent der eigenen Wählerschaft zweifelt an Joe Bidens geistiger Fitness. Jetzt ist er auch noch an Corona erkrankt. Ist es an der Zeit, die Kandidatur zurückzuziehen? Es spiegelt ja offenbar auch den Wählerwillen wieder. Ja, aber den spiegelt es schon seit zwei Jahren wieder. Also die Zahlen, die jetzt aufkommen, die sind natürlich in dieser Diskussion über Joe Bidens Kandidatur ein richtiges Dynamit. Und damit wird ihm gesagt, tritt bitte ab. Aber die Zahlen sind seit zwei Jahren stabil. Schon vor zwei Jahren haben eben 70 Prozent der demokratischen Wähler gesagt, eigentlich hätten wir gern einen jüngeren Kandidaten. Damals hat sich die Partei nicht drum geschert. Die Zwischenwahlen wurden gewonnen. Kamala Harris ist im Amt nicht wirklich überzeugend gewesen. Und so hat man im Herbst 2022 entschieden, Joe Biden tritt nochmal an. Und hat sich jetzt in eine fürchterliche Lage gebracht in der demokratischen Partei. Bleiben eigentlich nur noch zwei Wochen in irgendeiner Weise jetzt eine Lösung zu finden, wenn man nicht mit Joe Biden antreten will. Aber er würde gern nochmal. Die New York Times schreibt aber, dass es wohl erste Anzeichen gibt, dass er empfänglich, zumindest für Gespräche ist, über einen Rückzug nachzudenken. Warum ist das so schwierig für ihn? Warum zögert er so? Weil er Präsident bleiben will. Also Joe Biden hat sein ganzes Leben lang auf dieses Amt hingearbeitet. Er hat ja mehrere erfolglose Anläufe gehabt, wurde dann im Corona-Wahlkampf zum Kandidaten und dann auch schließlich zum Präsidenten gewählt. Und das ist ganz interessant, warum das der Corona-Wahlkampf war. Da musste Biden nicht auftreten, nicht reden. Denn das war schon immer seine Art und Weise, sich selbst an Beinen zu stellen, indem er sich versprochen hat, sonst was gemacht hat. Und das ist etwas, was jetzt eben mit dem Alter verbunden wird. Versprochen hat sich Joe Biden schon in früheren Jahren. Da war er nur kraftvoller. Jetzt wird das mit dem Alter in Verbindung gebracht und der Druck ist groß, auf ihn aufzugeben. Aber er weiß, wenn er jetzt sagt, ich ziehe als Kandidat zurück, dann wird eine Sekunde später die Forderung erhoben, dass er als Präsident zurücktreten soll. Das werden auf der einen Seite die Republikaner sagen, die dann sagen, ja, aber das kann ja wohl nicht sein. Dass er die nächsten Monate noch im Amt ist. Wer weiß, was alles geschieht. Ob Gegner der USA diese Schwäche ausnutzen werden. Und auf der anderen Seite werden es auch die Demokraten sagen. Denn die würden lieber mit einer Präsidentin Harris in den Wahlkampf gehen, als mit der Vizepräsidentin. Und dass Kamala Harris dann die Kandidatin wird. Da gibt es kaum noch Zweifel dran. Es findet sich erstens niemand, der jetzt in den Vordergrund getreten ist und gesagt hat, ich übernehme das. Und sie wäre diejenige, die in der Nachfolge steht. Und die übrigens auch auf die über 210 Millionen Spendengelder zurückgreifen könnte, die für das Ticket Biden-Harris inzwischen gesammelt wurden. Hätte Kamala Harris dann eine realistische Chance gegen Donald Trump? Da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. Und es gibt nicht allzu viele Zahlen, weil man sich bisher immer darauf konzentriert hat, wie schneidet Biden gegen Trump ab. Und man muss wissen, die Zahlen in den Vereinigten Staaten gehen weit auseinander, weil viele dieser Meinungsforschungsinstitute eben einen gewissen Bias zu dieser oder jener Partei haben. Und wenn man sich den Mittelwert anschaut, dann ist es eben so, dass Kamala Harris nicht viel besser liegt als Biden in den Umfragen, wobei Biden und Trump momentan auch nur relativ eng beieinander liegen. Leichter Vorteil Trump, aber das ist auch schon lange so. Dass aber Kamala Harris vor allem in den Staaten nicht so gut abschneiden würde wie Biden, auf die es am Ende ankommt, nämlich Ohio, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Virginia. Das sind wohl die Staaten, die am Ende darüber entscheiden, wer Präsident oder Präsidentin wird. Aber man kann nicht ausschließen, dass ein Rückzug von Biden und eine neue, frische Kandidatin auf einmal eine Dynamik in den Wahlkampf bringt, der dann ein Momentum herstellt und die Zahlen für sie besser aussehen lässt. Aber dazu müsste sie erst mal in die Lage kommen. Der gesundheitliche Verfall, um es so auszudrücken, des Präsidenten, der hat sich ja in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Warum haben die Demokraten dem so lange zugesehen? Na, keiner will es sich mit dem Präsidenten verderben. Und das haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, seit dem TV-Duell, dass zwar hinter verschlossenen Türen viele gesagt haben, eigentlich kann er das nicht mehr. Aber es war dann nur die Abgeordneten aus der dritten und vierten Reihe, die das auch mal öffentlich gesagt haben. Erst jetzt kommen diejenigen, die doch eine prominentere Rolle spielen, damit an die Öffentlichkeit, weil sie wissen, es ist nicht mehr viel Zeit. Der Druck muss jetzt enorm erhöht werden. Und der kommt aus beiden Kammern, sowohl aus dem Repräsentantenhaus als auch auf den Senat, auf beiden zu. Es gab Gespräche mit dem Mehrheitsführer im Senat und dem Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, die beiden gedrängt haben sollen, zurückzuziehen. Also der Druck ist jetzt schon enorm hoch. Er hat dem bisher standgehalten. Sein Beraterkreis, der eng um ihn ist, stützt ihn in dieser Entscheidung. Und Biden steht auf dem Standpunkt, dass er der Beste ist, der Donald Trump schlagen kann. Jetzt mag man das bezweifeln von außen, aber er behauptet das weiterhin. Und ohne sein Einvernehmen könnten die Demokraten nicht den Kandidaten auswechseln, ohne jetzt schon sicher zu sein, die Wahl zu verlieren. Und ohne sein Einvernehmen könnte die Demokraten nicht den Kandidaten auswechseln. Und ohne sein Einvernehmen könnte die Demokraten nicht den Kandidaten auswechseln.